Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge schauen wir uns an, was mit dem Bitcoin preislos ist und dann schauen wir uns noch an, wieso die Schweiz ein Kryptoland ist. Aber springen wir gleich in diese erste News Story und zwar geht es um Bitcoin. Bitcoin heute hat ganz kurz an der 4300er Grenze geknackt und ist dann sofort gefallen. Erinnert wenigen Minuten mehrere hundert Punkte bzw. hunderte US-Dollar und momentan sind wir bei knapp 3880 US-Dollar. Und die Frage ist jetzt natürlich, wieso und für die technischen Trader. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, bin da aber noch nicht komplett dazu gekommen. Ich möchte hier etwas vorbereiten und euch dann auch entsprechend zeigen. Er hat unter anderem mit diesen Grafiken hier zu tun für die Podcast-Hörer. Aber ich werde das Ganze wahrscheinlich morgen ein bisschen mehr im Detail erläutern. Fakt ist, das ist eine Art Resistance-Grenze, die geknackt werden muss, damit man auf höhere Hochs eigentlich kommen kann. Ich behaupte nach wie vor, dass etwa eben knapp bei den 4500er Grenze, die muss irgendwie geknackt werden, dass wir aus diesem Bärenmarkt effektiv rauskommen. Andere sagen eben, hier bei 4300 ist eigentlich eher die Grenze. Ich bin kein technischer Trader. Ich weiss einfach, dass hier in dieser Region etwas passieren muss, dass wir aus dem Trend rauskommen. Und für den Moment scheint eben dieser starke Aufschwung auch einen starken Abschlag getroffen zu sein. Was solltest du jetzt machen? Vorsicht geboten, auf jeden Fall. Könnte noch weiter nach unten fallen, auf jeden Fall. Ich bin noch nicht komplett überzeugt, dass wir den Bärenmarkt komplett bekämpft haben. Und ich sehe immer noch irgendetwas bei der 3000er Grenze als möglicher Tiefpunkt. Aber warten wir mal ab. Falls du einsteigen möchtest, eben eher graduell einsteigen. Vielleicht eben Dollar Cost Averaging. Also einen Teil, sagen wir, diese Woche, einen Teil nächste Woche etc. Und so eigentlich weitermachen. Ich habe auch schon einen Kommentar gelesen, à la, wieso überhaupt Dollar Cost Averaging? Man minimiert natürlich das Risiko, aber so auch die möglichen Einnahmen. Absolut, da hat der Kollege oder der Kommentierende, hatte da recht. Man minimiert natürlich den potenziellen Gewinn. Absolut, das ist so. Aber für die meisten hier ist eben das Traden von Bitcoin oder Kryptos etwas vom Ersten, das sie überhaupt anfassen, wenn es um Trading geht. Und deshalb ist es eben extrem wichtig, dass man Grundsatzstrategien erstmal beibringt den Leuten und hier nicht auf hohes Risiko, hohe Gewinne setzt. Dafür habt ihr auch andere Kryptokanäle, die euch das Blaue vom Himmel versprechen. Aber ich möchte hier wirklich pragmatisch mit euch umgehen. Und ihr seid ja alle smart genug, gescheit genug. Und ihr wisst, dass ihr nicht zu viel investieren solltet, also beziehungsweise mehr als das, was ihr euch leisten könnt zu verlieren, solltet ihr niemals investieren. Das gilt auch für Kryptos. Aber ich glaube, wer seine Recherche gemacht hat und entsprechend den Bärenmarkt auch ein bisschen verfolgt hat und auch so ein bisschen die letzten paar Tage an News mitbekommen hat, der weiß auch, dass der Kryptomarkt sehr wahrscheinlich wieder nach oben gehen wird. Deshalb aber eher langsam angehen. Wie gesagt, man sagt auch in der Wall-Street-Weisheit, sagt man, never catch a falling knife. Versuch nie ein fallendes Messer zu halten oder zu fangen. Und das wäre jetzt eben genau ein fallendes Messer, nämlich der Gedanke hier groß jetzt einzusteigen, dann fällt es nochmal. Das wäre natürlich problematisch. Aber wenn man jetzt Dollar-Cost-Averaging hier macht und dann nochmal hier, dann hat man eben den Durchschnitt und das ist ja grundsätzlich nicht so gut, wenn jetzt der Kurs nach unten gehen würde. Die Kollegen sagen, die technischen Trader-Kollegen sagen, aber das wird wahrscheinlich wieder rauf gehen beziehungsweise werden etwa diese Grenze halten. Aber dazu morgen wahrscheinlich noch mehr. Aber springen wir weiter. Und zwar geht es heute mehrheitlich um die Schweiz und wieso die Schweiz eigentlich ein sehr gutes Krypto- und Blockchain-Land ist. Und zwar hat es vor einigen Tagen eine Umfrage gegeben vom Online-Vergleichsportal Moneyland für die Schweizer unter euch, falls ihr die Seite noch nicht kennt, sehr cool. Könnt auch Bankkonti und Kreditkarten und Hypotheken, könnt eigentlich alles vergleichen darauf. Die haben eine Umfrage gelauncht. Und zwar hat man die Schweizer, die erwachsene Schweizer Bevölkerung gefragt, tradet ihr ja oder nein und was tradet ihr? Und da ist interessanterweise herausgekommen, dass etwa 15% der Leute, die effektiv auch handeln, bereits mit Bitcoin gehandelt haben und weitere 9% haben dann angegeben, dass sie bereits mit anderen Kryptowährungen gehandelt haben. Das heisst, unter den handelnden Personen sind 24% etwa, die bereits mit Krypto-Erfahrung hatten. Das ist eigentlich relativ hoch. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ein Viertel aller Händler, aller Trader, aller Investoren eigentlich mit Kryptos zu tun hatte. Aber das hat wahrscheinlich auch wirklich viel damit zu tun, dass man hier in der Schweiz auch so ziemlich auf alle Börsen eigentlich Zugriff hat und nirgends irgendwie limitiert ist. Und eben durch die Nähe zum Crypto Valley und nach Zürich zum Trust Square und solchen Coworking Spaces und Krypto-Projekten, die auch wirklich tagtäglich in der Schweiz stattfinden, ist wahrscheinlich auch die, ich sage mal, die Barriere viel tiefer hier in Kryptos einzusteigen. Aber finde ich sehr cool. Gesamtanteil, also beziehungsweise Gesamtbevölkerung, ergibt das einen Anteil von 4,8%. Nach wie vor finde ich sehr hoch. Und das zeigt euch auch das Potenzial, das wir noch haben, wenn jetzt schon nur 20% oder 30% der Schweizer Bevölkerung mit Kryptos handeln, dann wird das Volumen schon viel höher sein, beziehungsweise die Preise müssen auch höher sein, weil die Nachfrage einfach auch höher ist. Das heisst, wir haben gegen oben noch sehr viel, ich sage mal, Verschnaufraum. Und das wird auf jeden Fall spannend in den kommenden Monaten und Jahren. Wir bleiben in der Schweiz und zwar gehen wir in die Gemeinde Wallenstadt. Wallenstadt hat den ersten lokalen Blockchain-Strommarkt lanciert. Und das Ganze sieht so aus, und zwar das Ziel ist eigentlich, wie hier steht, eine Idee vom Quartierstrom, lokal produzierten Strom, der soll vor Ort verbraucht werden. Und dazu ist eigentlich das Ziel, dass eben dieser lokal produzierte Solarstrom aus 37 Haushalten entsprechend auf der Blockchain verteilt wird, beziehungsweise man kann Preise setzen, man kann handeln, man kann Strom einkaufen, etc. Und hier hat man auch effektiv die Live-Zahlen und das Ganze wird dann auf der Blockchain abgebildet. Ein sehr cooles Projekt, aber solche Sachen sind halt immer, wie gesagt, ein Pilotprojekt. Von daher noch abzuwarten, was da genau das Resultat ist. Wie gesagt, auch hier wieder die Live-Zahlen, der Verbrauch hier gestiegen, dann wieder gesunken, etc. Und hier die Produktion eigentlich relativ wenig. Das ist natürlich jetzt zeitlich gesehen das Live. Das heisst, sobald die Sonne nach unten geht, ist da natürlich viel weniger. Und wir sehen hier, heute hatten wir zum Beispiel einen sehr sonnigen Tag. In Zürich zumindest, beziehungsweise in der Schweiz allgemein war es ziemlich sonnig. Und da hatten wir, wie man hier sieht, sehr viel entsprechend 120, 130 Kilowatt, die erzeugt wurden. Das sinkt jetzt natürlich und am nächsten Tag ist dann wieder weiter. Das ist ein sehr cooles Projekt, aber wie gesagt, 37 Haushälter, also kein Riesending, aber was noch nicht ist, das kann ja noch werden. Und auch hier, wir bleiben in der Schweiz, und zwar schauen wir uns die Firma InstiMatch an. Die machen Kredit, die bringen eigentlich ein Netzwerk zusammen von Kreditgebern und Kreditsuchenden. Und was die jetzt benutzt haben, beziehungsweise benutzen, ist eine sogenannte dezentralisierte Applikation von Corda, beziehungsweise R3 Corda. Und hier in der Pressemitteilung steht eben, dass durch dieses Settlement API, beziehungsweise durch dieses R3 Corda, jetzt InstiMatch eben die Applikation braucht. Das ist, so sieht sie aus für die Podcast-Hörer. Also das ist jetzt die dezentralisierte Applikation eigentlich. Hier kann man, wenn wir hier weitergehen, eben auch gewisse Sachen setzen. Man kann Kredite aufnehmen entsprechend und auch Angebote entgegennehmen. Das ist natürlich nur für institutionelle Investoren. Das ist eben, wie gesagt, für die Leute, die Kredite suchen und entsprechend hohe Kredite suchen und auch auf Liquidität und eben Zahlungsausgleich angewiesen sind. Sehr cool. Ich muss sagen, also man kann natürlich Gutes und Schlechtes über Ripple sagen, aber der Fakt, dass Ripple eben so extrem schnell ist, das muss ich sagen, ist nach wie vor eine sehr, sehr starke Sache, ist natürlich im Angesichts der Dezentralisierung und der Zentralisierung so ein bisschen eine Kontroverse. Man sagt halt, Ripple ist sehr stark zentralisiert und im Vergleich dazu Bitcoin eben dezentralisiert, aber Bitcoin ist eben performance-mässig nicht so schnell wie Ripple. Das eben heute alles Nachrichten aus der Schweiz. Wie gesagt, hier von Instimatch, vom Quartierstrom aus Wahlenstadt und hier die Übersicht der Umfrage. Wie gesagt, morgen schauen wir uns wahrscheinlich das technische Detail hier ein bisschen genauer an. und kann euch dann auch ein bisschen mehr Details geben. Aber wie gesagt, ich bin hier das technische Trading auch noch ein bisschen am Lernen, aber wir können ja diesen Weg zusammen beschreiten und dann könnt ihr auch entsprechend Fragen stellen. Falls ihr spezifische Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich kommentiere grundsätzlich alle eure Kommentare und ich freue mich auf die weitere Diskussion. Das war es von mir heute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.